Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Haftbefehle gegen Trump und Putin. Und was wird besser in dieser? Doppelzelle. Bei BILD ist ganz schön was los. Können Sie uns sagen, was? Nur Gerüchte, geraune und viel aus zweiter Hand, wie sich bei BILD gehört. Also Übermedien zum Beispiel staunt, dass jetzt Print-Veteranen den digitalen Wandel aktiv vorantreiben sollen. Während man Johannes Boje, der das Paid-Content-Angebot der Süddeutschen mitentwickelt hat, also digitalen Wandel, wegtut. Die Süddeutsche selbst spaßt mit dem bevorstehenden Erscheinen des Romans Nochwach von Benjamin von Stuckradbarre. Die Geschasten, Strunz und Würzbach waren nämlich schon an Bord, als bei BILD Dinge geschahen, von denen der Roman schon aus rein juristischen Gründen ganz bestimmt nicht handeln wird. Der Spiegel freut sich auf die nächste Peinlichkeit. Die neue BILD-Chefin Horn werde damit nämlich auch vorgesetzt, ihre eigene Tochter, die bei BILD am Sonntag redigieren. BILD selbst fand ich zuletzt ungewohnt zahnlos. In den deutschen Leopard-Festwochen titelte man da lieber mit fein püriertem Dieter-Bohlenschleim. Weiter weichreiten der Reichweiten. Es ist kaum noch eine Million, man rechnet trickreich die BZ drauf, damit es eine Millionenauflage ist. Oder wie man bei BILD sagen würde, so wenig, kein Thema. Galeria Karschak-Kaufhof will fünf Warenhäuser weniger schließen als angekündigt. Bringt Sie das in Kaufhauslaune? Aus meinem Bürofenster schaue ich auf die Kölner Filiale und manchmal gönne ich mir das mittags gelegentlich, da rüber und da rein zu gehen, um mal das Gefühl zu haben, irgendwo der Jüngste zu sein. 2019 hatte der Signak-Konzern eine Milliarde, um zu Karschak noch Kaufhof dazu zu kaufen. Unterwegs kauften sie noch Sportscheck, Reste von Thomas Cook und Fiegel Logistik. Zugleich tat der Bund 700 Milliarden aus Steuergeldern raus und die Gläubiger verzichteten auf 2 Milliarden. Kurz, das Geschäftsmodell ist mit bloßem Auge von Ladendiebstahl überhaupt nicht zu unterscheiden. Also ganze Läden natürlich. Nach den Belegschaften und den Steuerzahlern sollen jetzt noch die Vermieter liefern. An fünf Standorten hat die Erpressung schon funktioniert. Man ist verführt zu fragen, was an einer Verstaatlichung schlimmer sein könnte. Der deutsche Film Im Westen nichts Neues hat vier Oscars bekommen. Zurecht? Und was sagt uns dieser Erfolg? Ja, man sitzt im Kino und gönnt sich den wohligen Schaudern in Abspann zu weinen, bevor man dann blinzelt, wieder in die Realität tritt und sagt, jawohl, nächste Waffenlieferung. Die Parallelen, Verdun und Bachmut, der Abnutzungskrieg, Siegfrieden und der Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Diese Parallelen sind offenkundig. Drei von vier Oscars gingen an technische Gewerke. Also man freiert da die Kunst, mit Wuchtgefühle aufzuwühlen. Nicht Inhalte. Vielleicht ist es trotzdem gut, 148 Minuten nicht für den, gegen die oder überhaupt zu sein, sondern zu sagen, nein, nein, das alles nicht. Stellen Sie sich vor, die Bildungsministerin veranstaltet einen Bildungsgipfel und keiner geht hin. Außer Berlin und Hamburg. Haben die anderen Bundesländer schon aufgegeben? Jetzt weiß die Bildungsministerin mal, wie das ist. Wenn man auf dem Schulhof als die sacht esoterisch verpeilte Religionslehrerin gilt, die aus humanistischen Gründen keine Fehlstunden ins Klassenbuch einträgt, dann macht halt die ganze Schule Jojo mit ihr. Es ist andersrum. Die Länder spreißen sich in ihrer Bildungshoheit und wissen, der Bund hat da sowieso nichts zu sagen. Das deutsche Bildungswesen ist nicht reformierbar, weil es gar keins gibt, sondern 16 Dorfschulkonzepte. FIFA-Präsident Infantino wurde im Amt bestätigt und die Weltmeisterschaft der Männer wird ab 2026 mit 104 statt 64 Spielen ausgetragen. Wann platzt die globale Fußballblase? Der DFB, also die deutsche Delegation, hat mit Norwegen und Schweden bei Infantinos Akklamation nicht geklatscht. Widerstand. Hätten auch noch so eine One-Love-Armbinde über die Augen tragen können. Reformvorschläge und eine Gegenkandidatur hat man sich da nicht getraut. Mit Gianni Infantino als Papst stünde die katholische Kirche ganz anders da. Nachdem im Schwarzen Meer eine US-Drohne abgestürzt ist, hat die USA Russland beschuldigt und Russland hat zurückbeschuldigt. Klingt nach Kindergarten, oder? Es wäre der erste Weltkrieg, der in einem Kindergarten anfängt. Antje Vollmer, erste Grüne im Bundestagspräsidium, Vorkämpferin der Frauen in der Politik und Pazifistin, ist gestorben. Welche Erinnerungen haben Sie an sie? Viele und Gute. In der Mitte bekommst du Pfeile von allen Seiten, sagte sie, als sie die Befriedung mit der RAF anschob, mit Vertriebenen verhandelte, Genugtuung für Heimerzogene vermittelte. Sie schaute immer ganz weit voraus und auf das Ganze und deshalb lag ihre Mitte oft zwischen Polen, die die anderen gar nicht sahen. Und das sah dann entsprechend verirrt aus. Etwa zuletzt, als sie die Mitte im Frieden für die Ukraine ausmachte. Wir werden noch staunen, wenn wir da ankommen, wo sie schon war. Und was machen die Borussen? Der BVB twitterte nach dem 6 zu 1, Entschuldigung, eine Google-Suche nach dem Wort Legende. Und erste Fundstelle, Marco Reus. Ja.